Willkommen zurück zur Mass Effect Andromeda, let's play! Wir sind jetzt hier, wieder auf dem Rückweg zu unserem Shuttle. Wir haben ja schon den Gruppen Tussi da gesagt, dass sie angegriffen werden oder eingekreist oder was weiß ich was. Und wir den jetzt einfach mal zur Unterstützung bringen. Wenn wir nicht vorher durch diesen schönen Spalt abgelenkt werden. Was ist das? Eine ziemlich große Operation. Ich glaube, da können wir später nochmal hin. Ich nehme langsam zurück und komme сюда. spine G kör. Oh, oh, oh. Das ist das hab. Genau, oder? Ich weiß nicht, ich LP nicht sagen. Oh, oh, oh. Oh, die toxische Plämpe. Eine große Tür. Oh, die sind gegnern. Das sieht aus wie eine ganze Patrouille. Wahrscheinlich die Arschlöcher, die Greer verschleppt haben. Oh. Zurück drängen. Jetzt bin ich gespannt, wo mein Speicherpunkt liegt. In der Asch. Komm ich in die Höhle, super. Hier muss ich mich jetzt auch noch mal scannen. Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und das ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem netten. Oder sie sind am Verhungern. Höh. Wir sind hier hinten, weil ich das Shuttle auch noch mal scannen muss. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Es stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Angesichts der Tatsache, dass es Ihr Planet ist, hätte ich erwartet, dass Sie mit den Stürmen zurechtkommen. Müssen wir mal die Zonen sammeln? Hm. Ich freue mich mal die Zonen. Also. Ow. 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 Na toll, das kann nicht gut sein. Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Wahrscheinlich die Arschlöcher, die Greer verschleppt haben. Zurückdrehen! Ähm, kommt so los. Folgendes, nein, boi. Oh. 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 nicht Lass die Tür erstmal Tür sein, scannen die gleiche hier und gucken, ob ich da mal Kumpels helfen kann. Gucken wir wo vor, das ist leider ein bisschen schöner geworden. Gute Methode, um sich den Hals zu weichen. Los, greifen wir an! Cura, wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Ich bin schon dabei! Suchen Sie sich Ihre Ziele! Davon gibt's hier mehr als genug! Ich hab einen erwischt! Was haben wir denn eigentlich getan? Vorsicht! Sie kämpfen mit schmutzigen Tricks! Rennen wir mal hier nicht im Wildzelt rum! Oh! Okay, das wäre geklärt! Kommen wir hoch mit dir! Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier! Schön, Sie zu sehen! Gleichfalls, Harry! Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück! Sie sind gerade rechtzeitig gekommen! Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren! Räder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition! Decken Sie sich eins! Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich! Sie haben einfach das Feuer eröffnet! Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein! Ja, da haben Sie nicht mitgespielt! Fähigkeiten aufgestiegen! Wir werden mal gucken! Stufeaufträglich! Ihr Trupp ist in der Stufe aufgestiegen! Verbessern Sie die Weile aus Kampffähigkeit, indem Sie Kampf-, Tag- oder Biotik-Fähigkeiten kaufen! Wählen Sie einziger die Truppenfliete aus, um sie aufzuwerten! Okay! Okay, man hat also nur drei Fähigkeiten zur Verfügung! Mal gucken, was haben wir denn hier im Kampf? Taste Antippen! Werft Sie eine Granate, die nach Zweifassungen und Verzögerung enormen Bereichstand verursacht! Taste Halten! Verkürzt die Zündungszeit der Granate vor dem Werfen! Die Granate explodiert, wenn sie zu lange gehalten wird! Die Aktivierung erfolgt eine Energiezelle aus dem bekannten Energiezellvorrat von Universalkranaten! Okay! Flächenschaden, hm 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 hm! Die Granate ist Granate! Betäubung ist! Verschießt ein Zielsuchtprojekt mit Durchschlagkraft, das normal große Gegner ohne Panzerung und Schilde zu Boden schleudert und Kombo-Primer zündet! Neuen Fähigkeiten! Achso, ich muss also erstmal hier in Kampf neune investieren, damit ich das überhaupt erst freischalten kann! Barrikade erzeugen vorübergehend Energieverkehrer, die die Schildregeneration vor allem verstärkt, die dahinter in Deckung gehen! Upgrade-Version bietet zusätzliche Kampfpony für alle Verbündeten! Die Aktivierung erfolgt Energiezellen aus dem bekannten Energiezellvorrat von Barrikaden! Okay! Turbolader Leitet vorübergehend Waffenwärmung über die Panzerung ab, um die Effizienz der Thermomagazine und die Fallgeschwindigkeit der Waffe zu schaffen! Okay! Stolpertratmine Platziert eine exklusive Mine, die ausgelöst wird, wenn ein Gegner sich nährt oder ein Sensorlaser durchschreitet! Je näher der Gegner sich an der Mine befindet, desto größer der Schaden! Die Aktivierung erfordert Energiezellen und blablabla Okay! Flakkanone Verschießt eine Verschießt von Groganern entwickelte Patronen, die beim Aufbauen um Schadenelle zerplatzen! Schadenelle Schaden ist bei gepanzerten Gegner reduziert! Dann verfordert eine Energiezelle! Okay, also hier verfordert irgendwie alles Energiezellen! Verpasst den Umgang mit Pistolen, einschließlich Maschinenpistolen Pistolen sind für kurz und mittlere Distanzen und für Schießen aus der Bewegung heraus ausgelegt! Fortgeschrittenes Kampfdämpferien Energiezellen und Soldaten Die Fähigkeiten mit Umgang mit Sturmgewehren Sturmgewehren bieten mittlere Präzision, Reichweite und Sturmwirkung Spezialisierung für den Nahkampf Schrotchen verursachen auf kurz Distanzen und Schaden sind aber auf größere Entfernung sehr unpräzise Präzisionsgewehr Verbesserung Präzisionsrechnung schützt Präzisionsgewehr verursachen großen Schaden auf Distanz, allerdings auf Kosten und Feuerergeschwindigkeit und Kapazität Intensive körperliche Überlebens-Training zur Verfügung Verbesserung, Ausdauer und Vielseitigkeit im Kampf Okay, das kann jetzt auch wieder alles heißen Spezialisierung für den professionellen Umgang mit Jetpacks und Nahkampfwaffen im Kampf Kampfschaden Ah, ich hab drei Punkte, okay Biotic Ziehen Heben Sie einen Gegner ohne Schild und Panderung Hilfes in die Luft und beleben Sie das Ziel mit einem Primer für Kombo und Detonation Taste Halten Ziehen Sie das Ziel, ob Gegner oder Objekt mit dem Benutzer mit Was ziehen Sie das Ziel, ob Gegner oder Objekt mit dem Benutzer mit Aha Ja Mit Kombination mit Werfen wird ein gehaltenes Ziel weggeschleudert So, ich kann es also einmal so hochziehen und einmal kann ich es richtig halten wahrscheinlich So darf weder Machtgriffe Mäßig Schleudern Sie ein Gravitationswert, dass Ziele ohne Schild und Panderung zurückwirft und beim Hoppen entzündet Kombination mit Zielen werden die gehaltenen Ziele leergeschleudert Ja, das wüsste ich schon Sturmangriff Wenn er die Masse des Benutzers und schleudert ihn auf den Gegner zu stellen Ende des Sturmsangriff ein Teil der Füllstärkwetter her Nova Kallensierte Energie in einer Explosion mit hohen Schaden direkt um den Besitzer herum Schockwelle Beschädigt Gegner eine Reihe von Explosionen, die durch Wände und andere feste Objekte fortzusetzen Schockwelle zündet Komboprimor Auslöschung Erzeugt einen raschen Wechsel in Massenfeldern, die Gegner in der Nähe langsam Schaden zu fügen Betroffene Gegner halten eine Station Andere Kräfte, die aktiviert werden während der Auslösung bekommen, haben eine reduzierte Aufladezeit Äh Aufladezeit Das klingt irgendwie ziemlich cool Aber das ist so um mich droben, das ist eher für Nahkämpfer Taste halten Erzeugt eine nach vorne ausgerechnet biotische Agis-Barriere, die die meisten Projektile reflektiert und den Schaden anderer gegnerischen Angriffen reduziert Eine gute Koordination aktiviert und du brich nachher Angriffe Singularität Erzeugt einen Gravitationsschacht, der Gegner ohne Schild und Pandorung in die Luft hebt und ihnen Schaden zufügt Mh Leides Antrim wendet den Effekt vorzeitig Lanza Verwüstet ein kleines Gebiet mit einem rasch geworfenen Energiestreif verursacht Schaden am Schwachpunkt des Gegners wie etwa Kopf und sind Pombo-Treiber Ok Spezialisiert, verbessert normale Schild und biotische Masseneffektfelder Spezialisiert Ermöglicht biotische biotische Schaden Maximierung gegen Gegner Und zwar Sowohl direkt als auch indirekt Also einfach mehr Schaden Verbesser die Kontrolle des Biotikers über Masseneffektfelder Ermöglicht Unübertroffene Manipulation von gegnerischen Objekten Ok Bei Tech Überlasten Setz eine elektronische Entladung auf das Ziel frei Hoher Schaden gegenüber Schildern zu gegnerischen Gegnern Zündet Kombo-Primer Leht Überlasten auf, sodass es auf zwei zusätzliche Ziele weiterspringt Verschießt Verschießt ein Plasma-Projektier, das Bonusschaden gegen Panzerung und Feuerschaden über Zeit begegnet und ohne Schilder verursacht Brennende Feinde halten Ein Primer für Kombo Detonation Angriffsgeschütz Platzier dann natürlich Das Angriffsgeschütz Und das Tech-Konstru Gilt Taste antyp Steuert das Geschütz Das ist ein spezielles Einzelziel Angreift Taste halten Nutriere das Geschütz Und das Gegner in den Schaden erlangen Aha Kyro-Strahl Taste halten Es ist ein kontrollierlicher Strahl Ultrakalter Partikel frei Der Ziele einfriert Und mit Primer für Kombo Detonation belegt Das Einfrieren setzt ungepanserte Gegner aus dem Gefecht und schwächt gegnerische Panzerung Hat aber keine Auswahl auf Feinde mit Schilden Energieentzug Stellt Schilde wieder her Indem elektromagnetische Energie aus der Umgebung eines Ziels abgezogen wird Verursacht Bonusschaden gegen Schilde und synthetische Feinde und löst Kombo Detonation bei allen Anfälligen Gegnern aus Taktische Tornung Was ist das unsichtbar machen? Flammenwerfer Setz auf kurze Zeit eine Feuerstrahl frei Der Bonusschaden gegenüber Pannwohrung und Feuerschaden über Zeitvorsach Gegner oder Schilde die in den Feuerstrahl geralten erhalten Primer für Kombo Detonation Unbekannte Textkraft Ok Invasion Infliziert Gegner mit einer infasiven Maschinenschwarm unter VI-Kontrolle Der die Verteidigung schwächt und sie auf Fällen in der Nähe ausbreitet Das klingt lustig Team-Unterstützung Verbessert Verteidigung und Unterstützung für den gesamten Trupp durch eine Generator für genetische Barrieren und Kampf Anzugsverbesserung Offensive Tech Tech-Kräfte werden stärker Hilfssystem Verbessert den Inhüllen Miesalwerkzeug Miesalwerkzeug Kampfwerkzeug Effektivität von Tech-Kampf und Konstruktion Ok also das gleiche wie beim Biotic Ich geh mal bei Biotic und mach erstmal die Lanze Weil das ist um so eine komplett neue Fähigkeit die gab's früher noch nicht Ach Man kann das hier sogar noch Boah Wim Wim Ah, doch. Gab's, glaube ich, beim Multiplayer gab's die in der 3, bei dem englischen Typen der Kontos auch. Okay, das ist einfach so ein Schild, das ist irgendwie auch cool. Kannst ein bisschen defensiv spielen. Hm. Hm, ihr seht was in den Videos ist so um ihn drum rum. Schockwelle war eigentlich auch ziemlich cool. Zumindest wenn man sie ein bisschen ausgebaut hat und sie schön weit fliegen konnte. Hm. Hm. Ich glaube mal nochmal zielen. Tough Vader move. Haha. 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 Ah, ich hab hier noch was Passives. Hm. Längere Dauer oder bisschen mehr Schaden. Oder mehr Schild. Aber immer ein bisschen mehr Schild lassen. Ich sterbe manchmal so schnell. Was kannst du hier schönes lernen? Ah, du hast nur Biotik. Ne, der hat nur Spezialsachen. Glittergranate? Liham springt nach vorne und sticht mit seinen Universalklingen nach unten auf den Gegnern. Die entladen wird in der Gegnern der Nähe betäubt. Aha. Und die Belastung. Kann er aber noch nicht. Angriffsfertigkeiten und Verteidigung. Da kommt dann Glittergranate. Die hat noch eine zweite Fähigkeit. Und Militärausbildung. Zack. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Da kommen sie! Die haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Licht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Oh! Oh! Blötige Spurgeon! Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft! Okay, den Sperr, den muss ich direkt zielen. Oh! Oh! Kurz über geht's! Achtung! Da kommt noch ein Shuttle! Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt! Sind das Hunde? Schön wär's! Sie können sich irgendwie tarnen! Sie verarschen mich doch! Boah! Boah! Vor allem, ich komm da an, bin halb tot und hab nicht mehr die Chance! Bei dem Shuttle finden sie Waffen und Munition. Decken sie sich ein! Haben die Dinge über... alles noch mal machen also hier waren sie es eher wirklich schwer wenn man nicht die lanze wo soll erzielen manchmal lieber die shock nova nicht wirklich sie haben einfach das feuer eröffnet wie war es bei ihnen ok so ist einfach ein anderer nach der klarer Wir haben feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Da kommen sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Nicht nachlassen! Da! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! Die Kerle wissen, wie man kämpft! Wo? Warum hab ich den jetzt getroffen? Wieder muss ich jetzt den ganzen Scheiß machen, oder? Oh, verdammt! Das ist ein feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Schloss. Falten! Schnells. So, jetzt. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Achtung, da kommt noch ein Shuttle. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Oh, das hat er noch gezählt. Ihr kriegt diese Dinger nicht ins Visier. Es sind zu viele. Schießen Sie einfach weiter. Wir schaffen das schon. Verdammt, die lassen einfach nicht locker. Da krieg ich überhaupt keinen Schaden. Ich bin hier. Das reicht, Liam. Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie ja, aber wir müssen die Ruhe bewahren. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet. Aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute? Sie ist verletzt! Ich wusste nicht, dass Sie Biotika ansetzen. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser COM-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? KVK-Link eingerichtet. Bestätige, Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Korra. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zu Archen. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten. Dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir! Na gut. Dann werden wir mal sehen, wie wir zum Baba kommen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao!